Rote Rosen Vorschau Folge 3597 Simon freut sich, als seine Mutter Doris auftaucht, um Charlotte abzuholen. Als er mitbekommt, wie sehr Doris ihre Tochter manipuliert, schreitet er ein und gibt Charlotte zu verstehen. Bernd drängt Nikki, gegen Sandras Willen, Finn die Wahrheit zu sagen, dass sie bei ihm bleiben kann. Nachdem Nikki Finn offenbart, dass sie trans ist, zieht Finn sich überfordert zurück. Als Nikki hört, wie er sie vor seinen Kumpels verleugnet, ist sie tief getroffen. Aus Selbstschutz trennt sie sich von ihm. Annette bedauert es sehr, Malte nicht einstellen zu können, hofft aber auf eine Affäre mit ihm, doch das lehnt Malte ab. Annette bemüht sich um einen anderen Disponenten, findet aber keinen. Als Malte ihr in einer kniffligen beruflichen Situation helfen will, nimmt sie nur zögerlich an. Amelie will für Carlas Wein ein PR-Event organisieren, auf das sie auch den Investor Bierschacht einladen will. Deshalb ist sie nicht überrascht, als klar wird, dass Amelie aus Eigennutz handelt. Carla ist irritiert über Amelies Einsatz. Amelie will für Carlas Wein einladen will für Carlas Wein einladen will für Carlas Wein einladen will. Carol cornstelle Felderkültig Wille 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 lar